Lektion 297 Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Weil sie die einzige Gabe ist, die ich will. Und alles, was ich gebe, gebe ich mir selbst. Das ist die simple Formel der Erlösung. Und ich, der ich erlöst sein möchte, möchte sie zu der Meinen machen, auf dass sie die Weise sei, in einer Welt zu leben, die die Erlösung braucht und die erlöst sein wird, wenn ich die Sühne für mich akzeptiere. Vater, wie sicher sind doch deine Wege. Wie gewiss ihr Endergebnis und wie getreulich ist jeder Schritt in meiner Erlösung bereits festgelegt Dank sei dir für deine ewigen Gaben und Dank sei dir für meine Identität. Dank sei dir für deine Erlösung. Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Danke. Danke. Vielen Dank.